Herzlich Willkommen zum weiteren Part und ja ja das bringt mich gerade auf eine Idee es wird zwar massig Holz kosten, aber machen wir es mal einfach und es muss ja eh nur auf dieser Seite so so ich hoffe wir haben noch jede Menge Glas wie hier alles blüht also nein we don't have glass da ist der Schott Strand, Strand, Strand Strand, Strand oh, ein Strand was für ein Zufall, dass wir gerade einen brauchen das war jetzt nicht so prickel Wurst machen wir weiter ja lalalala ich grab Sand ja ich grab Sand es müsste eh mal passieren machen wir es so und so haben wir es hinter uns verdammt 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 erweitern wir es hier mal ein bisschen war verdammt schon zu viel er zu viel ist eigentlich wie ist es was ich schon noch einsteck man weiß ja nie wofür mal das mal braucht dann wenn ich mal wieder was brauche habe ich welches 12 15 jahre und spiel noch im sandkasten waha schon alleine dass mein kürz selber ein und sein kasten spieler ist mein kürz sandkasten zum motor perfekt jetzt gucken wir auf die kohle karte immer wenn ich mich unter dem baum stelle denke ich es wird dunkel wo muss ich denn jetzt hin zum punkte geizkuh mann ich brauche wirklich jeden durchgang ich wüsste auch schon wie aber jetzt nicht jetzt nicht was machen wir da Mainz 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 toll nja wir haben ja etwas themm zu zu man drum komp ja dann mache ich das hier so hoch dann mache ich das hier ich könnte das jetzt natürlich dann so machen und dann an der Seite statt Glas normales Holz rein aber gucken wie es aussieht wenn es uns nicht gefällt oder es jemand nicht gefällt die Mehrheit ist nicht gefällt können wir es ja immer noch ändern ist ja nicht so als wäre es dann der Weltuntergang ich glaube wir werden alle sterben ja nee war ja klar 1 wenn wir dann schon mal hier oben sind dann verarbeiten wir das auch mal zu Holz von Holz zu Holz der Weg der Ironie da habe ich schon und jetzt wird es aber dunkel da muss ich aber noch irgendwie rein ja wenn es wieder Tag wird mhm kurz die Popo wärmen ja und dann in die Haare und es ist wieder Tag wie schnell das Tag werden kann dann gucken wir doch lieber direkt mal nach Glas Meins meins alles meins ich glaube das würde jetzt sogar schon reichen locker aber es reicht nur für weitere Generationen für meine Kinder Kinder und meine Kinder Kinder da kicken wir mal hier ein paar Sachen mhm problem ist wir müssen da rein problem gelöst die Brechen rein ja mhm das ist das blöde hier brennt es da brennt es immer weiter Moment heben wir das hier schnell raus und dann tun wir direkt einen Holzboden rein zack 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 wieso denke ich gerade dass ich etwas vergessen habe hm ja was machen ich müsste warten oh wie war das eigentlich nochmal denk 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 hm ich glaube ich wollte hier mal einen Lagerraum anlegen hm hm was ist das aus mit Lotticarotti hm Versuch macht klug ich immer zu sagen pflege genauso wie es heißt Wissen ist Macht und Wissenheit macht aber auch nix dann mach ich hier einen normalen und hier normalen naja jetzt ist es so einen halben Jump'n'Run dann machen wir es hier halt geht doch alles geht doch wie ich hier mit dem Holz umgehe verdammt verdammt das kann ich gar nicht sagen meine Mama hat dazu immer gesagt es wäre ein böses Wort und ach so wird es schon irgendwie die Decke zu 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 halt sonst erscheint dann alles nachher zu hell zu hell zu hell ist auch ungesund juhu wir haben eine zweite Etage mhm jetzt aber zum Garten woher das ist wirklich ein Treppenhaus mit so vielen Treppen naja hauen wir erstmal das Ding kaputt am besten mach ich ein separates Häuschen dafür jetzt kann ich hier so rein und runter und raus und hoch und wieder runter fallen ach ja das Leben ist doch so schön so schön naja gucken wir mal hier damit haben wir den ersten Baustein gesetzt nein die Flut kommt nein die Flut kommt da kann man jetzt hier da kann man jetzt hier für eine Tür und Zaun oder mal gucken gehen gehen wir erstmal wieder in die gute Stube wird es schon wieder dunkel oder ist es hier drin dunkel dann 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 wieder dann da dann 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 dann